Ich löffel auch Senf. Ich kann davon gar nicht genug kriegen. Du löffelst Senf? Ich löffel Senf. Für mich ist das so normal, so mit einem Teelöffel so manchmal aus einem Senfglas so zu naschen. Okay, das finde ich sehr befremdlich. Und letztens habe ich so zu Wolfgang gesagt, hier mach mal Augen zum Mund auf, es gibt eine Überraschung. Und ich habe wirklich, in meinem Kopf war das so ein, ich bereite ihm jetzt einen schönen Moment. Nein! Und ich musste ihn so richtig bearbeiten, dass er mir vertraut, weißt du? Und jetzt stecke ich ihm diesen Teelöffel gehäuft mit Senf in den Mund und er spuckt mir das ins Gesicht und kotzt da so halb. und sagt, wie kannst du das machen? Ich vertraue dir hier! Und ich so völlig perplex. Und er dachte, es wäre ein Prank und du meintest es aber wirklich ernst. Und ich meinte es wirklich aus ganzem Herzen ernst, ihm eine Freude zu machen, weil für mich Senf so geil ist. Oh mein Gott.